jetzt geht dann geht's braucht doch keiner wird jetzt das kannst du das kombinieren mit der waffe und du kannst die beiden links da kombinieren gleich mal erst mal und dann kannst du gleich wieder einiges am munition loswerden würde ich sagen ach entschuldige chris jetzt vielleicht sollst du dann die bücher anstecken warum so eine szene ich weiß nicht wieso so ist das total weiß ich mag das weil ich mal wie alt das spiel er hat ihm voll aufs herz gezielt und seinen kopf geplatzt aber warum ist als ich die kerze angezündet habe definitiv irgendwo ein generator angegangen von der soundkulisse her das war die tüli aufgegangen ist wo der zombie dann rauskommen ist langsam das hört sich an wie ein generator du hast noch einen platz frei wenn du den einen schuss auch das menü aber wir müssen sehr 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 viel einfacher sonst genau würde sonst immer doppelklicken musst du musst erst mal praktisch mit der maus einmal auf das item klicken ja dann bestätigst du das noch durch noch mal durch den klick und dann musst du hier das auswählen der erste krieg fehlt halt weg wo du so da ist einfach mehr als die konsole gemacht oder ja also bei diesem spiel scheint es wirklich so als wäre die umsetzung auf dem pc halt echt nur behelfsmäßig jetzt kommt hier aber ich glaube das ist ja noch das nicht uns geht es gut also hätten wir die pump kann ich glaube ich glaube ich glaube dass bei dem friedhof an auch sechs schuss und die frist glaube ich auch noch mal also die hat ja so wie seine wand hängt auch noch mal sechs schuss geladen okay ist schlecht aber irgendwie müssen wir die bekommen wir müssen ja noch mal gucken was an gegenständen haben ja ich bin mir warum ehrlich gesagt zu fein um sowas jetzt irgendwie heimlich mal nachzulesen und dann irgendwie selber so naja also zu tun als würde man selber drauf kommen dass wenn dann vielleicht wenn jemand in die kommentare schreibt da so dann bin ich gerne bereit so tipps anzunehmen aber den rest wollen wir doch bitte selber raus finden jetzt mache ich schon jetzt ja er bleibt immer erst eine stunde stehen schieß das ist ja einer der hundert schuss spiel machen wir nicht fertig weg 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 das kann nicht sein hauen um das haut ihn um jetzt besser ist er jetzt endlich tot oder kann sagen das war es schon mit unserer munition wenn wir einen schuss auf vier hochgearbeitet wenn wir jetzt wenn jetzt einer kommt wie gesagt ja so viel frisst wie der hat dann schaffen wir jetzt hier rein und 100 schuss wieder raus ich glaube da hätte ich gar nichts ehrlich gesagt aber das ist eine tür oder das ist eine tür ja denkst du was ich denke ja aber ich frage mich ob er ob er klavier spielen kann aber es ist ein kranker typ versteckt in dem haus die noten hinter dem schrank und vor allen dingen vor allen dingen wie ist dieser zombie da reingekommen die muss ja einer da eingesperrt haben ja und das schon also eine tür öffnen vielleicht aus zufall kann so ein zombie noch hinbekommen pass auf hier waren noch nur für das war gerade ich kein zombie aber trotzdem naja willst du sie mitnehmen kannst du glaube ich trotzdem hat genau willst du so ein abwehr ding ist ach geil knall ihn weg und den rest hackst du mit dem messer rein wir müssen hier noch mal lang jetzt musst du erstmal gucken ob der da ist ja nicht dass er um ein kleines guckt so hätte man vier schuss auch verschwenden können ja das war ja der der da reingekommen ist deswegen ist jetzt hier weg ja ja nicht sicher ob das eine separate tour ist vielleicht als obwohl ich mache trotzdem mal ganz gut sehen damit das auf der karte einzeichnet stimmt ja was war noch mal der schlüssel den zweite den wir hatten rüstung ja kurz am auge kratzen ich hoffe man hört das mit dem sofa hier nicht wir zocken ja zocken jetzt nicht irgendwie auf den bürostülen am pc sondern wie gesagt hat am fernseher und das auf einem sofa und da das mikro jetzt sehr nah am sofa praktische steht hoffe ich dass man das nicht allzu laut hören also bei aller liebe alter jetzt kommen die die zombies hinterher was für eine krasse scheiße ist denn das es ist ab dem ab dem moment wo wir das mit der kerze gemacht haben können uns anscheinend jetzt die zombies hinterher kommen oder was wo bin ich ich sehe nicht wo ich bin alter genau die mit den arm der hat seine hüfte bewegt wenn ich gleich den thriller tanzt immer weiter dadurch bis hier dann da hinten ist auch noch was wenn ich das nehme auch mich die zwar hier hinten um schätze ich wenn ich das buch nehme warte warte was ist das da das hier ist glaube ich ein buch und das hier ist glaube ich ich habe eine idee wir haben doch dieses paspartout ding dies holz teil das muss irgendwie was gut sein da muss viele dinger die zum nichts gut sind ja warte aber das hat ja die form von dem buch dies holz ding vielleicht ist das die selbe geschichte wie mit dem mit dem schlüssel einfach nochmal aufgabe jana jones ding ja ja ich gucke mir grad ups sorry die bilder oben an und die form davon kreuz raute peak ist ein karten wenn jetzt was mit den symbolen anfangen könnte vielleicht musste kannst du nicht schieben ach warte wenn du die ich hab's ich hab's glaube ich ich traue mich nicht zu machen weil ja drück mal bei den statuen die vorgeladen sind dann mal nicht untersuchen oder so wenn du auf das buch da guckst einmal gucken kannst du ja ein schalter betätigen nein ja nachdem wir irgendwelche komischen sicher erstmal irgendwas drücken also nun ein weiteres rätsel wo wir momentan noch keine ahnung haben lass das erstmal sacken ich hab grad keine ahnung ich auch nicht vor allem muss jetzt direkt ja klar weil ich in die richtung wollte steht ja jetzt auch ich hasse diese zorn wie spack muss meint er kommt jetzt wieder hinterher aber da kannst du nicht ausweichen doch nicht so gut ausweichen ich hoffe dass jetzt aber ich hoffe dass jetzt links von mir steht links vorbei ganz schnell doch nicht mehr jetzt jetzt kann ich es geht nicht jetzt bitte wieder einsetzen arbeiten nimm deine tätigkeit wieder lustig ist es ich habe ich habe schon wieder die namen vergessen ich habe gesehen ich habe keinen bock auf den ich er und seine sicht schafft diese könntest du hier schuss reinjagen und dann ich als hätte ich eine andere wo sie gerade hingeht keine ahnung aber kommen auf die map vielleicht hey wie schlimm kann es schon werden ich glaube hier sind wir zu ziemlich sicher du kannst aber dadurch jetzt ok hinter dem buchwein magazin versteckt eigentlich meint ich was anderes ich kann hier nicht wegflexen vor allem weil chris dumm viel erst mal so eine stunde stehen bleibt dann kriegt er eine gelangt und danach bleibt erst mal ich wette mit dir ne ich wette mit dir wir sind zu dämlich warum hier zwei magazin auf dem boden warum hier einfach auf dem boden warum ich da so viel auf dem boden jetzt was ist mit diesem spiel los da hat uns irgendjemand vor mir hingestellt aber warum finden wir die ganze zeit schrotflinten munition wir kommen nicht an die schrotflinte dran sind wir zu dämlich ja das kannst du reinhauen man hat es jetzt nicht gehört aber ich habe genickt auf die frage ob wir zu dämlich sind weil das kann nicht sein dass jetzt das fünfte mal schon schrotflinten munition finden und wir können das einfach nicht das kann nicht sein das kann nicht du kannst aber die schrotflinten in die kiste packen ja klar und ganz ehrlich ich glaube das messer auch wir können uns nicht mit dem messer zu wir setzen wenn die reißen uns einfach in stücke ja das stimmt schon machen wir nicht schon mal so noch ein schlüssel gewöhntes kram moment holz paspartout notenblatt kombinieren kann sie das vielleicht zusammen mit dem holz paspartout noch mal verwenden jetzt nehmen das ging nicht nur ich weiß nicht jetzt ist es ja vielleicht kann man das jetzt spielen ich guck mal so wie gesagt schon mal gerade hier sind aber wenn du überlegst bei den anderen resident evil teilen ich glaube im ersten hier da gilt man die wenigsten zombies ja auf jeden fall wir haben uns gesehen das war noch nicht ganz kurz waren nicht ganze volle magazine oder er stapelt aber mehr als 15 in einem slot ok ich glaube das haben wir letztens schon festgestellt aber versuch nochmal das da mit dem anderen da zu kombinieren und vielleicht können wir das danach dann weil wenn das schwer genug ist dann da reinlegen mit dem der computer sagt nein können wir das vielleicht doch da reinlegen mit dem mit dem mit dem mit der waffe und schon ausprobiert was man das holz hat das irgendwann schon mal gesagt dass man das holz paspartout vielleicht da reinlegen kann weil das so breit ist halt nee das hatten wir ausprobiert hatten wir glaube ich mir ja doch 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 hatten wir wir können das hier noch mitnehmen das ist wirklich moment 18 schuss plus das was in der waffe wäre also munition technisch geht es uns gar nicht so schlecht wir können ein paar am mürksen aber wir noch kommen wir haben das symbol noch wir haben den edelstein noch und wir haben noch die mond steigen so monschein sonate das holz paspartout haben wir doch ja das ist wirklich was wir nicht haben ist die scheiß pump kann ja wo das ding jetzt mal mitnehmen ist mit seinem speicher mal erst mal mit dem pappband da das ist unser letztes ne ja das machen wir so ein bisschen kirre das denken wir finden bald neues also ja das kannst du mit dass du dich nicht jedes mal machen das aufnehmen sie speichern sie und ich glaube dass man das klicken auf dem game hat auch nicht so nervig hört wie zum beispiel das klicken auf der maus das stimmt ja so ein freien slot auf geht's steht ja haben wir wahrscheinlich direkt vor der tür aus trau dich